Graf von Braunstein öffnete vorsichtig den Flacon mit purpurrotem Inhalt. Dieser wunderbare Geruch, einfach traumhaft, dachte er. Seine Konzentration auf den Duft wurde jäh unterbrochen, als der Butler die Tür öffnete. Es war üblich, dass er dazu nicht anklopfen musste. Herr Dr. Edward Barton, bitte um Audienz. Anhandmetern mag es für ein Zimmer groß sein, für ein Zimmer eines Schlosses, wie auf den Bildern an seinen Wänden würde es einer Kammer für Bedienstete gleichkommen. Seine großen Bilder zeigen keine Ahnen, sondern große Schlösser mit Prunksälen, in die er sich hineinträumte, unterstützt von süßem Duft aus seinen zahlreichen Flacons, die sich in seinen Glasvitrinen anhäufen. Der Graf stellte das Fläschchen wieder in die Vitrine an seinen zugedachten Platz, während er sprach. Ah, Herr Baron, natürlich, lass ihn eintreten. Und bring uns etwas Gebäck nach oben. Natürlich, Sir. Sehr wohl, Sir. Barton konnte die Gelegenheit nicht nutzen, mit dem Butler einige Worte zu wechseln. Er war sehr reserviert und ging im Abstand vor ihm her, als er ihn zum Zimmer des Grafen führte. Gesprächsvermeidendes Verhalten, attestierte er, während er die warmen, geheizten Zimmer an diesem zwar schönen, aber nun abends kühlen Aprilabend genoss. Der Butler öffnete die Tür des Zimmers und trat zur Seite. Bitte, Herr Barton, Sie werden erwartet. Kommen Sie, setzen Sie sich. Der Graf versuchte, auf ein überzogenes Begrüßungsszenario zu verzichten. Ihm war anzumerken, dass er neugierig war. Barton fand sich in einem Zimmer wieder, gemischt mit modernen Möbeln und Antiquitäten. Im Nebenzimmer, getrennt durch eine riesige Flügeltür aus Glas, stand ein Kübelwagen des Zweiten Weltkrieges. Anscheinend legte der Graf Wert darauf, dieses Gefährt ständig sehen zu können. Barton nahm an einer Sitzgruppe mit Rokokos Stilmöbeln Platz, legte das Paket mit dem Schleifchen auf den Tisch. Barton ordnete sich der hierarchischen Dominanz des Grafen unter. Danke, Herr Graf. Ich weiß Ihre Gastfreundschaft sehr zu schätzen. Wir haben uns schon seit Jahren nicht mehr gesehen und ich fühle mich trotzdem wie zu Hause bei Ihnen. Gerne doch, Herr Barton. Sie sind uns immer willkommen. Für mich? Braunstein nahm dabei das Päckchen mit dem Schleifchen zu sich. Barton wurde in diesem Moment umhüllt vom süßen Duft seines Parfums, das eine extreme Ambivalenz zu seinem männlichen Militarismus markierte. Barton überspielte geschickt die unterlassene Zurückhaltung des Grafen. Ja, ein kleines Mitbringsel. Hoffe, es gefällt Ihnen, Herr Graf. Bezaubernd. Eine Kavalerie des Unglückchen Crouchy in der Schlacht bei Wavre. Er gewann diese Schlacht. Der Preis dafür war, Napoleon dadurch im Stich zu lassen. Er trägt die Hauptschuld für die Niederlage von Waterloo. Ich liebe ihn. Ich werde ihm einen besonderen Ehrenplatz hier vorne zuteil kommen lassen. Der Graf schob einige silberne Soldaten aus dem obersten Regal einer Vitrine beiseite, um zärtlich Soldat für Soldat, Pferd für Pferd auf die Position zu setzen, auf denen vorher preußische Soldaten standen. Er nahm sich dafür so viel Zeit, dass es den Anschein haben könnte, er wäre allein im Raum. Barton versuchte, die Stimmung des Grafen auf hohem Niveau zu halten. Herr Graf, ich bin hier, um mich zu bedanken. Ihre Mitwirkung in der Presse war vorzüglich. Es ist niemandem mehr gelungen, in den letzten Jahren auch nur annähernd eine wissenschaftliche Studie zu platzieren, die aussagt, dass körperlich-geschlechtliche Diskepanzen angeboren sind. Braunstein antwortete, ohne sich Barton zuzuwenden, weiterhin seine Soldaten in Position rückend. Ja, Herr Barton. Die Schreiberlinge bekommen mittlerweile Daueraufträge. Es geht vollautomatisch. Ich muss so gut wie nichts mehr tun. Ab und an fragt ein Kommissionär an, der die Gelder weiter nach unten verteilt, ob es eine neue Fahrtrichtung gibt. Das ist alles. Also nicht der Rede wert, Herr Barton. Dann drehte er sich zu Barton. Schauen Sie! Dabei hielt er Barton seinen beringten rechten Mittelfinger entgegen. Dieser Ring stammt von einem preußischen Oberst. Eine Beute aus französischem Besitz. Er kam über den Sommerfeldzug 1815 in unsere Familie. Barton spürte nun, dass es schwierig war, den Grafen wieder zu seinem Thema zu bringen. Zu dem Thema, das der Grund seines Besuches war. Wenn er einmal in seinen Gedanken bei seinen Soldaten war, war er wie im Fieber. Barton antwortete kurz, um das Kriegsszenario nicht noch mehr zu vertiefen. Ja, ein schönes Stück. Barton hielt die mitgebrachte Sherryflasche in der Hand, machte Gestiken, sie öffnen zu wollen. Möchten Sie einen Schluck? Sehr gerne. Sie haben nicht vergessen, was ich gerne trinke. Von Braunstein nahm zwei Gläser aus dem Schrank der Zinnsoldaten, die praktischerweise nur ein Regal tieferstanden. Barton schenkte ein. Seine Uhr zeigte an, dass diese Konversation bereits 35 Minuten in Anspruch genommen hat. Er versuchte, seine Nervosität zu verbergen, reichte von Braunstein sein handbemaltes Glas mit Goldrand, das aus einer Zeit um das Jahr 1900 stammen müsste. Zu wohl, Herr Graf! Bartons Stimme war dabei bestimmend, das aber gespielt klang, denn er war unsicher, jetzt hoffend, dass jeglicher Krieg nun einfach mit Sherry hinweggespült werden würde. Der Graf nahm eine stramme Haltung ein und winkelte seinen rechten Arm an, als ob er zwischen Arm und Oberkörper seinen Vorderlader in senkrecht Position mit aufgezogenem Bajonett zu halten hätte. Zum Wohl, Herr Barton! Auf Waterloo, auf Molwitz, auf Rosbach, auf Leuten! Barton war in diesem Moment wieder abgelenkt. Das Parfum, das liebevolle Streicheln seiner Soldaten im Regal, sein Ring am Finger, reich verziert, goldglänzend, seine Stimme, die immer versucht ist, nicht zu weiblich zu wirken, klang wie die einer Schauspielerin mit einer Erkältung. Dazu im krassen Gegensatz sein Hang zum Militarismus, der nichts anderes als die Heiligsprechung und Verehrung von Gewalt ist, mit Macht und Waffen Probleme zu lösen, wie ein Leopard, der sich seine Antilope reißt. Seine Legitimation dafür ist sein Trieb, das zu tun und dass die Natur ihn dafür geschaffen hat, dies zu können, seine Elternteile ihm gezeigt haben, wie er Beute zu machen hat, um das gleiche Prinzip weiter zu vermitteln. Was hat die weibliche Sanftheit in dieser Welt von Braunstein zu suchen, die sich daran ergötzt, wenn andere durch Kanonen, Musketen und Säbel sterben? War es die Kompensation des Hasses gegen sich selbst, gegen die selbstempfundene Weiblichkeit, die verdrängt werden soll? War die Aggression gegen den Feind die Umgelenkte gegen sich selbst? Männlicher Frauenhass und Gewalt per se gehörten für Barton zusammen, und ihr Ursprung liegt für ihn in der Verneinung des eigenen Yin-Anteils. Besonders perfide ist dies dann, wenn andere, die keinen Selbsttats in sich tragen, gezwungen werden, diesen kranken Befehlen Folge zu leisten.